Ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahme Uncharted 1, Drake's Schicksal aus der Nacent Drake Collection, auch der Nacent Drake Collection, jetzt müsste ich meinen Drake einpost ziehen, auch gut. Ja wir waren ja hier stehengebeben, sind jetzt in Kapitel 19, müssen uns inzwischen nicht nur mit menschlichen Gegnern rein, sondern auch noch mit, äh, um. Gebeinahmung, keine Ahnung was rumschlagen, ähhh, ja, mir geht das Getud auf den Sack, ich gehe jetzt mal hier weiter. das sind die natürlichen nördern das ist schon ein da nicht nur rein handknifftel wär ja mal ganz cool oh mein Auge juckt das ist voll gemein grad warum ist der nicht zu dem Zombie geworden nicht das man so anmerken darf kann jemand mir das erzählen ja wo denn jetzt wieder kann ich nicht einfach hier oben stehen bleiben und die abknallen ganz im Ernst und die Motto kommt doch alle her ist klar du wirfst ihnen eine Handgranate an den Kopf ob er sie überleben darf geh weg Mann wo kommt einer jetzt wieder her wieviel von den Büchern gibts denn heilige Ganonkugel und ich bräuchte mal Munition das wär voll geil heilige danke hat doch grad noch was geblieben mit dem Döner Mate natürlich kommt doch noch ganz schön so Wo? Genau ist da jetzt Strom. Haha. Hützack. Geht der wieder zurück oder was? Na dann komm doch! Gehe ich so los. Manchmal. Oh was jetzt? Ich bin in Mist. Ja, das ist gut. Wenn sie ja wenigstens noch in eine Richtung kommen würden. Noch eine. Oh Gott, ist das dämlich. Vor allen Dingen mit dem Speicherpunkt. Das andere kann ich ja mit um. Die Typen sind mir relativ egal. Ganz ehrlich. Die Typen sind halt weitere nervige Fuzzis. Aber dass man dann quasi alles nochmal neu machen muss. Obwohl man zwei Türen geöffnet hat. Kommt. So. So. Neul. Vor allen Dingen, weißt du, ich treffe sogar. Und die Hälfte meiner Schüsse geht nicht durch. Kommt noch jemand. Ja. Da. Danke. Tschüss. Noch wer. Yo. Alles klar. Da. Soll ich mich eigentlich treuen? Wieso sind das jetzt auf einmal so viele? Ja. 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 Das ist alles. Ja. lot. Ja. 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 Nachladen, runterhüpfen und auf den Friedhof warten. Hier nochmal hochklettern, da die Munition einsammeln, nachladen, auf den Rest vom Friedhof warten. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt mal hier durchgehen. So, jetzt zum Friedhof warten. Einer weniger. So, jetzt. Egal. Wer da in dieser Szene liegt? So, Klappe. Egal. Nächster Schwung. Irgendwann geht euch die Munition aus. Ich weiß nicht, ich sag's euch. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Oh, nu. Oh, nu. Aha. Das wird langsam zu einem echt miesen Tag. Nein, gar nicht. Hm. Ja, ja, ich... Oh Mann. Die Viecher haben sie erledigt. Nein, du. wie komme ich hier wieder raus immer doch gerade noch nicht rufen wie komme ich hier raus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Allons, klar So, und jetzt Gehen mir die Viecher trotzdem weiter auf den Sack, oder was? Man, man, man So, und jetzt? Das war's. Ich habe jetzt gesagt, folge dem grünen Licht. Ich lösung. Ich lösung. Ich lösung. Ich lösung. Wo habe ich denn jetzt vergessen, ihn abzubiegen? Ich lösung. Ich lösung. Irgendwie klettern? Was wollt ihr mir sagen? Du schießt gerade nicht. Ich lösung. 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 Du darfst nicht. da ist irgendwas aber was was sehe ich wieder nicht das das offensichtliche oder nicht wieder vor fatfingern erstmal alles vorbereitet sein gucken ob hier irgendwas ist könnte ja ein Schad sein okay Musik Wieso habe ich das Befürchtung Befürchtung Nein Hören Sie mich da drinnen Nur zu gut, Mistkerl Oh, Sie haben kein Mikrofon? Wie schade Nee, schau ab, bevor... Alina! Lass Sie in Ruhe, ihr M... Nava, wenn du noch nicht mal ein kleines Mädchen im Griff hast... Soll nicht mehr vorkommen Versprochen Entschuldigen Sie bitte Ich wollte mich nur bedanken Fürs Finden von Eldorado Na klar Ach, ich hoffe es stört Sie nicht, wenn wir Miss Fischer noch etwas behalten Nur damit Sie und ihr werter Partner keine Dummheiten anstellen Bis dann nicht War ein Vergnügen Ja, das Lachen wird dir schon noch vergehen, Dreckskerl Oh nein, das klingt nicht gut Los, los, los Los, los Er ist hier What the... Fuck Nein Also gehst du jetzt mal in Deckung um Himmels Willen also du siehst mich hier die helme machen gar nix das ist halt mega fies konzentriere dich doch erst mal ob das andere fieber da rum rennt ihr könnt mir doch nicht erzählen dass ihr das nicht gesehen habt glaubst du wirklich ich tu dir jetzt den gefallen und komm da runter doch verdammt ich muss ja ne ja was wie sagt du musst hallo frendo hallo nein was ist das ja er ist schneller wieder da als ich dachte kann ich mich jetzt bitte darauf konzentrieren vorwiegend zum überleben das wäre voll super ach da ist noch einer klar ich kann jetzt mal was ausprobieren das ist so ein schmuggel das ist so ein schmuggel ich hab's noch munitions doch gab's doch da siehst du normalerweise würde ich sagen wir machen jetzt feierabend aber das ist gerade so action geladen dass ich sage kommen egal das ist so ein schmuggel so du arsch und jetzt hab ich denn deine spiellogik durchstiegen das ist das auch zack würde gern mal was probieren okay das ist nicht der Plan ich dachte ich komme vielleicht auf der da ist das euer wo setzt ihr denn seit neuestem Speicherpunkte das ist ja richtig gämlich okay dann wird das bestimmt ganz besonders eine XXL Folge okay oh oh Nein, ich denke nicht. Ein netten Menschen. Ja genau, töte das. Nein, du bist tot. So, Kinos. An. Gehen wir mal so. Nein, wer will? Komm. Wäre ja sonst voll doof. Hilfe! Aua. Da habe ich zu lange gebraucht. Ja. Er lebt ihn. Er ist da drüben. Er lebt ihn. Achso, das ist die, ne. So, welche Ausrede hast du jetzt? Jetzt hätte ich gern die Desert Eagle, alter. Das wär voll nett. Boom! Jetzt soll die Desert Eagle haben. Shit. Das hätte was. Was finde ich? Was finde ich? Bäm, bäm, bäm. Gut. Da ist er! Nö. Ich bin nur in der Einbildung. Ich bin nur in der Einbildung. Ich bin nur in der Einbildung. So, wer will noch mal? Das war so angenehm, als der da stand. Oh, ja. Oh, ja. Hör mal. Oh, nein. Hör mal. Ah. Ah, diesmal habe ich dir. So, Kalappe. Am Arsch. Wer ist ja ankommen, darf doch nicht weg, das ist voll doof. Haha. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Oh Hey, du komm Aha! Oh, das war... Da hatte ich aber schwein, dass das der Kopf war. Juhu! Ich wollte doch sagen, da oben ist doch was. Ist da eine Wand? Das ist doch nicht wahr. Ich habe das Vieh doch schon erwischt. Das ist doch nicht wahr. 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 Ichọcke meine Schäuers. Das war genau. Ent wiringạo Schäuers Was machst du da? Nein, du bist tot! Ich habe ein Problem, ich habe ein ernsthaftes Problem gerade. Ich wusste es! Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Oh wirklich ok da kommt er dran das ist nicht geil warum ist hier dieser Arsch voller Kisten ich glaube ja nicht wo seid ihr in Ordnung ohne scheiß finde die Gegner da ist einer in Ordnung warum kümmern die sich nicht erst mal darum alter als ob das ist so unlogisch irgendwelche die sie nicht zuordnen können die werden am leben gelassen die Das war's. Das war's. Ich sehe, das hätte ich einfacher haben können. Nö, 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 warte. Was? Wo bin ich denn jetzt? Oh Leute, ist das... Du bist tot. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Also ich finde es immer noch mega bescheuert Ich beende die Folge jetzt auch erstmal hier Sonst wird es nämlich doch zu lang Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Und wenn euch die hier gefallen hat Auch wenn ich ein paar mal verrückt bin Dann lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da Lass ein Abo da Schaut auch in die anderen Lenspace Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Macht's gut Und ciao